Hallo meine Damen und Herren, hier ist Tom und Alp, bitte jetzt Fahrstücks an der Kasse kaufen hier. Steigen Sie zu. Hier war ein Breakdance, die Nummer 1 der Fahrgeschäfte. Jep, 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 jep. Wo Guy... So! Jetzt hier noch Fahrstücks ergattern... Oh, wie süß, ein Liebesfahrt... Schnell rein hier, schau ein Tunnelhörchen. Kuckuckuck. Mach mal mit so einem anderen rein hier. So, jetzt auch Fahrschützergattern hier an der Kasse. Letzte Chance hier, wir starten gleich. Hier, ich rufe es nach oben. Oben ist nicht rund. So, letzte Chance hier, jetzt noch einsteigen. Hoppoh, vorbei. Hey, wir starten bitte von der Fahrbahn her, treten hier. Hier übelst du es dann automatisch, bitte hinter die Abschwerung. Nach neun Monaten kommt hier aus gleich noch mal. Ich will ein Haus, ein Affen und ein Pferd. Und lass mich warten, all das werden wir schaffen und noch mehr. Ich bin kein Leben machen, ich bin noch weiter oben, ich bin hier schien, aber bei mir noch ganz mein was so. Ich bin der las, mega hab ich noch das mal schaffend. Wenn jetzt mit dem, wenn ich noch mit den Bränden aus dem Arme hoch hin und ich bin so schnell noch. Ich bin so schnell, weil ich weiß, was ich bin so schnell. Und er kann speziell, dass man noch ein bisschen schade lässt. Das macht losgelassen, wenn ich noch ein bisschen schade lässt. Das ist der Overbreaker hier. Der Kapitel ist der Heiko 1984. Du bist jung und alt und jung und frau. Dann startet er die Bahn an. Ihr seid alle so geil. Ab geht, geht, geht. Die höchste Fahrtürk. Die höchste Fahrtürk. Die höchste Fahrtürk. Breakdance, die Nummer 1 der Fahrgeschäfte. Die Sterne scheinen heller und werden schneller. Hahahaha. Warten. Vorsehen auf Arbeit hier, nicht zu nahe hier. Bitte Abstand, BMW. Ich wollte dir das zum letzten Mal hier. Abstand. Warten. Abstand. Wie? Hände hoch. Wuh, wuh! Und schneller. Los geht mit dir. Schleller, schneller, 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 schneller. Hahahaha. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Uhu, los gehts hier weiter und wir drehen da langsamer hier. Mal schauen, ob es euch hier gut geht oder ob eine von euch schlecht ist. Oh, ein schnitzes Pferchen in der Hand, weil es lieblich ist. Oh, ein schnitzes Pferchen in der Hand, weil es lieblich ist. Oh, ein schnitzes Pferchen in der Hand, weil es lieblich ist. Und nun hier, der Träller hier. Euer Kapitän wird das schon drehen. Oh, ein schnitzes Pferchen in der Hand. Oh, ein schnitzes Pferchen in der Hand. Uhu, die Schuhe laufen alleine, nachzuschieben, schlafen, ich weiß, ich war wohl schlafen. Äh, ja, ja. Gut, nun einmal im Dunkeln. Hahaha. Hab viel Spaß und waschen her. Ich hab schon waschen stellen. Ich hab's euch hier geredet. Ich hab's jetzt hier Adventure in der Hand. Ich hab's jetzt hier gesehen. Ich hab's jetzt hier ist es heute ja. Ich hab's jetzt hier gesehen. Ich hab's jetzt haben wir uns dabei nicht. Aber nicht die Zunge zu tief reinstecken, das ist hier auch keine Kommisschale, ne? So, nur Endspot hier, Finale, wow! Los geht's, die letzte Runde hier, Finale, Runde. So, hier kommen wir jetzt schon mal Fahrt der Schaaf, fahrt gut, Fahrschildsanalisten, Kasse lösen wir für die nächste Fahrt. 8.4 Uhr Sehr, hallo! So, meine Damen und Herren, ihr habt es geschafft, wir landen jetzt, die Bügel öffnen automatisch, vor sich dann der Fahrer, und erst den Wagen verlassen, wenn das Fahrgeschäft steht. Dankeschön! So, meine Damen und Herren! So, meine Damen und Herren!